Also, ich zeig euch jetzt, wie man auf einer Party ein Bier aufmacht. Mit einem Feuerzeug oder mit irgendeinem anderen Gegenstand. Das könnt ihr mit einem anderen Gegenstand machen. Der muss nur hart sein. Also, weißt du, kannst du auch dein Ding nehmen, weißt du, kein Problem. Also, man nehme das Bierchen, die Flasche Bier, nehme sie in die Hand. Das ist ganz wichtig, dass diese Öffnung hier ist. Dann nehme man das Feuerzeug, klemme es unter diese Öffnung, man nehme seinen Zeigefinger, halte fest. Und schon ist die Flasche auf. Ich finde auch geil, den Nebel-Effekt. Und das Ding ist, wenn ihr das jetzt nach diesem Tutorial nicht hinkriegt, dann soll jeder auf der Party euch auslachen. Auf jeden Fall. Dafür haben die Kaffee-Kassel-Polis erfunden. Nein, ich trinke gerne heute. edia, drohe ran.